Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Wenn mein Grossvater plötzlich das Wort jenisch gehört, und er sagt, wo kommen alle die Geigen her, in unserem Keller, und dann plötzlich er sagt, vielleicht ist das der Grund, dass man etwas anders ist. Norddeutscher Rundfunk 2021 Für mich ist die Musik am Allerwichtigsten. Man sagt immer, der Schwung ist, der drin ist. Das kann man nicht lernen, denn man muss das fühlen. Die haben nicht die Möglichkeit um auf ein Konservatorium zu gehen, mussten das im Kopf haben. Das war hier, hier und im Herzen. Wir können keine Noten schreiben. Und die, die das konnten, haben natürlich Tag, bumm, haben ihm ein Zweierchen gezahlt und er hat das gespielt. Und währenddessen hat er geschrieben, und er war einfach der Titel von dem unten dran. Jörger empfahl 1924 den Behörden, die jenischen Kinder einzeln ihren Eltern wegzunehmen. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Musik ist ein Stück vom Leben. Wenn die Musik vorbei ist, ist das Leben dann praktisch auch da. Ich weiss nicht, was es ist. 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 guy Slingsstudios und wangi.